Leute, hallo erstmal. So, mein Name ist YouTube Gamescom auf der Playstation 3, aber das interessiert uns heute gar nicht, weil wir haben heute ein Thema vorbereitet. Das Thema der Themen, der Thema der Themen, der Thema der Themen. Heute wollen wir über das Hacken sprechen und über das Hochleveln und über, ähm, jo, vielleicht noch das Campen, das werde ich vielleicht auch noch mit einpacken hier in das kleine Gameplay. Okay, äh, ja, ähm, Hacken ist was ganz Furchtbares, oder sich hochleveln. Ähm, ich will einfach mal meine Meinung dazu sagen, was ich dazu halte, weil ich habe schon oft Lobbys beigetreten, wo Leute den höchsten Prestige erreicht haben und eben, ähm, ja, wie soll man sagen, äh, nicht zocken konnten und vielleicht nur 100 Kills hatten. Und die sagen dann auch mir, äh, ich begrüß dich zehn, äh, ich hab alle Embleme, einer hat verdient, hab Alberto Hedgehot gegeben und Salvatore gemessert von hinten. Na, sag ich, boah, echt, ja, freu dich doch, ja, mach ich doch, kommt dann meistens zurück und, ähm, ja, ähm, warum machen wir das eigentlich, was soll die Scheiße, Leute, was soll das denn? Das ist doch eigentlich Quatsch. Wir spielen das Spiel doch, um etwas zu erreichen. Wir wollen ja etwas, wir wollen etwas bewirken. Wir wollen jeden Kill am besten professionell machen, immer einen Sieg erzielen, nicht campen, nicht hacken. Wir wollen, wenn wir, wenn wir einen Emblem bekommen oder den Prestige, äh, erreichen, den höchsten Prestige, sagen, auf die Schulter klopfen. Hey, das hab ich geschafft. Ohne Campen und ohne Hacken. Ich bin stolz auf mich. Darum geht's, Leute, darum. Und nicht sich hochzuleveln, was man nicht erreicht hat und dann auch noch zu sagen, das hab ich verdient, die Kills. Bei den Campern ist es natürlich nicht so schlimm. Die tun ja nichts, die campen ja nicht. Die, die hocken ja nur da hinten. Aber was noch schlimmer ist, sind die Booster, meine Freunde. Den MB2, MB3, die taktische Maske, den taktischen Einstieg ersetzen. Und dann mit dem Kumpel hier, ähm, Headshots verteilen. Was ist denn das? Wo sind wir heute gelangt? Das ist nicht normal, Leute. Und ich denk mal, ich sprech viele Leute an. Und jeder kann sich ändern. Jeder kann sich ändern. Man kann einfach damit aufhören. Und vernünftig zocken. Ich lauf auch immer zu. Wird auch immer abgeknallt. Warum? Natürlich hätte ich eine höhere, höhere, äh, ähm, Killquote, wenn ich jetzt hier, mich hier irgendwo verstecken würde, campen würde. Natürlich hätte ich da 10 oder 11 Kills. Aber das möchte ich nicht, Leute. Ich möchte richtig spielen. Richtig spielen, wie sich das gehört. Ja, das ist eigentlich meine Meinung, was ich dazu halte. Und wir können die Meinung vertreten oder auch nicht vertreten. Wer sie verdrückt, können mir einen Daumen hoch geben. Wenn nicht, einen Daumen runter. Und ich sag mal wieder Ciao. Bis zum nächsten Mal. See you later, Alligator. Euer YouTube Games. Komm, jetzt machen wir noch einen. Cool. Also das war mein erster Headshot. Bis dann. Ciao.